hallo leute es kommt meinem video und zwar heute bauen wir magma würfel in minecraft was wir dafür benötigen ist gelber beton orange beton gelbe keramik und rissige netter rietzegel wir gehen hier hin das können wir ganz kurz auch abbauen wir gehen hier hin platzieren hier 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 und das bauen wir auch zu so danach bauen wir als erstes bauen wir dann das gesicht als erstes bauen wir das nach oben so drei stück noch drei stück danach müsst ihr hier gelber keramik gelber beton gelber beton keramik und hier müsst ihr dann so zu bauen so und dann macht uns auch eins nach oben so jetzt ich habe was vergessen das ja das habe ich vergessen nein warte also ich muss so machen ja aber dafür muss ich noch eins höher machen ja dann ist es so jetzt bauen wir das alles zu so zack 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 zu haus bauen so so und so dann baut ihr das so das ist das ist nicht originale mag immer das weiß ich nur diese rot habe ich nicht gefunden deswegen mache ich halt neder rietzegel 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 Vielen Dank.